was geht ab mahlzeit und herzlich willkommen bei wir haben ein neues jahr wir haben neujahr wie wir sind alle ein bisschen angeschlagen vom feiern oder oder je nachdem was sie gemacht haben wir sollen lieben und deswegen heute mal ein bisschen was entspannter dass eine backtest session aber diesmal nicht so viele trades hintereinander sondern heute fokussierter mal ein bisschen mehr auf die strategie einzugehen wie wir ein chart runterbrechen können ich werde ein bisschen mehr dazu erklären und statt hier rein hier raus einfach dass man etwas leichte kost heute hat machen wir heute an xrp im vier stunden chart ansonsten die die art wie wir es machen bleibt gleich wir zoomen rein gehen irgendwo hin und haben ein konstrukt gebildet wir haben hier ein swing low von dem ging eine starke bewegung aus oder man könnte sogar sagen dass sie ist die gesamte bewegung also von vom low bis zum high so das heißt für mich ist erstmal interessant im h4 okay wir sind hier genau in einem pullback level gelaufen das ist ja echt traumhaft so wie wir hier das noch nicht geholt haben und darüber haben wir noch einen block unberührt das heißt hier ist noch nichts rein gelaufen das könnte wieder ein schöner hinweis sein dass hier über den heiß sammeln sich die sls weil über swing punkten oder in diesem markanten wicks kann man gut seine sls platzieren da hat man immer ein auge drauf dass man da rein gehen kann deswegen jetzt haben wir den ausbruch wir haben den pullback im h4 schauen sie mal im stunden schaden hier sieht es jetzt schon wieder etwas chaotischer aus liquidität geholt ausbruch hier schade dass sie den verpasst haben so denn hier hatten wir auch wieder dieses szenario dass er genau den block gespielt hat und dann ausgebrochen ist nichtsdestotrotz haben wir dadurch aber hier vielleicht noch mal ein pullback level würde dann auch wieder deswegen gerne den link in der beschreibung auschecken wie unsere strategie genau funktioniert block plus zip zeigen wir alles im discord wird train da permanent dann wäre das nämlich wieder interessant wie sieht jetzt einfach mal die gesamte bewegung aus kommen wir hier diesen unberührten block zwischen genau in unseren fit level würde auch gut passen das heißt ich würde gerne wenn der markt runter kommt da reingehen sl hier vielleicht unter die swings platzieren da hoch wie sieht der m30 aus das ist natürlich die frage ob wir noch mal so tief kommen m15 und so kann man halt auch immer perfekt backtesten also auch die verschiedenen timeframes für sich hier hier bildet sich natürlich liquidität das heißt hier wird es immer ein bisschen steiler was schön ist das heißt wenn der markt hier drunter geht kann es hier wieder recht flott gehen dass wenn wir da runter brechen dass der markt dann sofort in unser ziel level haut und zudem hätten wir hier noch ein level was auch noch unberührt ist schauen mal oh der kommt aber super schnell in unser level würde den es etwas enger machen vielleicht dicken wir noch mal rein wir sind hier unten relativ safe auf ganz sicher werden wir natürlich hier aber weil wir hier vor diesem high gedreht haben ist es halt schön dass sich hier die ganze liquidität sammelt das heißt wenn wir jetzt hier reinschießen und dann direkt mit druck nach oben haben wir hier drüber schon ein gutes 1 zu 2 es ist etwas enger und schauen wir mal ok reingetippt ja man muss man muss einfach safe seine sieht man hier perfekt wieder hätte sogar noch das untere level angespielt diesen blog und da haben wir perfekt eine reverse rein bekommen es ist nicht immer so dass er die äußersten level spielt deswegen spring punkte sind hier in dem fall wieder absolut wichtig man sieht dass hier nochmal der letzte impuls kam wir rein laufen und aber aus diesem level heraus wieder explodieren das ist wieder das schöne wir ziehen liquidität das hier ist ja unser triple set up also wir haben den starken down move ziehen die liquidität brechen oh mein gott ist das ein schönes set up brechen hier über die struktur und jetzt ist das für uns ja der anhaltspunkt ok das ding möchte ich mit longen so also absolutes traum set up auch wieder blocken mit fibs 705 sieht man wieder wie häufig das einfach zusammenspielt einzige was halt ärgerlich oder was ärgerlich ist es ist wahrscheinlich schon im pullback level ja das heißt hier oben ist schon wieder der short level machen das mal weg das heißt theoretisch hätte man jetzt hier die möglichkeit den move schon nach unten zu shorten auf risky und dann dort unten wieder long aufzubauen ok wir hatten hier noch eine alte zone sehr nice gut oder du hast glück und masten 1 zu 18 kannst du vorher nicht wissen dann aber aus solchen bewegungen heraus dass wir wahrscheinlich wieder ach guck mal zur asia session 32 ok sind irgendwo reingebounced jetzt kommt es wieder darauf an sobald der markt zum stoppen kommt sind das wieder diese klaren impulse die der markt gerne wiederholt gucken ob der überhaupt noch mal so tief kommt ne der lässt sich einfach verhungern ok jetzt laufen wir aber wieder genau hier in ein level jetzt ist es natürlich schon wieder so hoch gelaufen dass man hier schauen kann dass man hier wieder einen short erwischt so 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 ist natürlich dann absolut gegen diese impulsive bewegung aber warum nicht zack rein getappt und sofort ein 1 zu 2 gelaufen 1 zu 2 heißt ab dann verlieren wir nichts mehr und der ist direkt noch mal weiter runter und hast ein 1 zu 3 sehr nice 1 zu 3 5 sehr schön jetzt stoppen wir wieder hier an dem low schöne preis action auf jeden fall ab hier würde ich auf jeden fall anfangen den sl eng zu ziehen wir sagen okay wir ziehen den dann hier nach aber hier baut sich jetzt wieder dieselbe drastische liquidität auf dass sobald er hier drüber kommt wir direkt gegen druck bekommen oh und da holt er sich die steile liquiditkummer genau wo läuft er wieder hin zack läuft genau in den unteren block extrem nice du hast ein 1 zu 5,4 ist jetzt schon wieder etwas länger geworden man sollte nur mal zeigen wieder einfach ein beispiel von xrp marktstruktur pullback levels wir traden nichts anderes du kassierst ein sl oder er kommt nicht in deine zielzone und danach macht der markt okay das hier war sowas zählen wir nicht so ein 1 zu 20 das ist dann halt einfach wenn der markt in die karten spielt das hier finde ich schon deutlich realistischer dass der markt in so ein level ein pullback rein läuft und danach diese steile liquidität die sich hier gebildet hatte dann wieder korrigiert deswegen wünsche ich euch erstmal einen entspannten ersten ersten erholt euch gut und wir bleiben am ball und nicht vergessen zu abonnieren denn dieses jahr wird einiges abgehen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal